ACH-H-H-H-H-H-H-H! Iggy! Iggy! Woah! Woah! WTF! Komm mal! Komm mal, ich klapp nie! Oh mein Gott! Leute! Neues Update just dropped! Lethal Company! Ne, ok. Ist das schon 2 Wochen her, aber trotzdem... Ich hab gehört, es gibt ein neues Intro. Muss mir das anschauen. Was? Was? Oh hell no. Oh hell no. Was? 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 Okay. Achso, ja. Ist besser als wenn ich gar nichts fahre. Also Mike, folgen wir. Es gibt einen neuen Mond. Neue Monde, okay. Es gibt, im Endeffekt gibt es einen neuen Mond und zwei neue Special Geheim Monde, die wir erstmal suchen müssen, wo die überhaupt sind. Ja? Und Ja, auf dem Special Geheim Monde gibt es auch Special Geheim Gegner. Ich habe das gerade eben schon gesagt, ich würde da auch nicht drauf gehen. Ich würde trotzdem worauf gehen. Ich würde gerne trinken. Nein. Ich würde gerne bei den ganz normalen ersten Monden gehen und dann erstmal dort was sammeln. Weil da was gesammelt haben, dann gucken wir auf der anderen. PIZZA 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 Was war das? Was war das? Es ist ja nicht zu groß, was war das? Alter! Junge! Ey, ich will doch schlafen heute! Inki, Inki, hallo, hallo! Oh, hallo Mike! Oh, oh, hallo, da! Wie geht's? Ich glaube, Danny ist gestorben! Danny wurde von einem Hund gefressen! Ja, Danny ist tot! Ah, du hast noch gestellt! Ah, nett! Ich hab ne Schaufel! Ja, die war auf 50% auf! Darf ich die behalten? Äh, ja! Warte, warte, geht der Glitch noch? Geht der Glitch noch? Ja, der geht noch! Ja! Hast du's gesehen? Ja, ich hab's zu sehen! Ich steck das so in meinen Baum, Schauber! Der will auch zu mampfen! Hier in der Rocki-Trocki! Und der Rocki-Trocki, Danny! Spinne! 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 Guck... Diggered Peach... Oh Mann! ser verdar... Jochen, der Schalter... Der Schalter hat gerade... ...einen ganz großen... ...großen... ...großen Trock... ...Cock getrunken... Hrrr! Hrrr! Außerdem will ich wissen, wie der Planet aussieht... ...bin hyped! Neue Lampe. Geh zu Adamans... Ja! Ja! Ist das der Neuplanet? Ist das der? Ja. Abandoned. Deep valleys and mountains. Home to a life leader. Level B. B wie Oral B. Ich hab da hinten ein Haus gesehen, aber ich will ja nicht runterspringen, weil vielleicht ist da Wasser. Ich glaub nicht, dass wir noch... Danny? Ich lebe noch. Aber das sind schon etwas Kummeln. Ich lebe noch. Hi Danny. Wir sterben gemeinsam auf eine Schaufel. Oh fuck, Mann. Äh. Danny. Man kann hier doch bestimmt irgendwo hoch, ja. Siehste? Siehste. Ich hab hier ein Haus gesehen, so eine fette Villa. Hi Hengi. Liegt ihr noch? Ne, wir sind tot. Das ist so nebel. Aber da hier ist was. Ne, ich bin die Maske. Ecke sucht. Wir haben die Ecke gefunden. Ok, da lang. Hier. Wir sind drin. chopp sind rein. Wo bin ich destroyed? heal! Syndree, Sundree, Sundree. R по baitаю. Das ist einfach mal ein bisschen kurz, das ist einfach mal ein bisschen kurz. Spende, Spende, Spende! Spende! Wo ist denn hier eine Spende? Weiß ich nicht. Danni? Alles gut, ich hab mit dir mein Kampfschrei. Noch keiner, noch liegen im Deck. Gehen, 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 gehen! Blumenmann, 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 direkt im Eingang! Ich werde attackiert von nem Baboonhawk. Nimm ihn tot! Renn, 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 renn! Denny nacht, denke ich. Nachrichtung zu hidden. Ja, wie ich das bestreibrlich viene. Aber jetzt nach vorne... Ich mag den Fanet nicht. Danny? Mike ist tot. Sehr gut. Unser Plan hat funktioniert. Ja Mann, endlich. Das ganze Geld für uns alleine. Du bist ja denn gestorben. Ich fahre so mal seine Sachen. Aber du musst mitkommen. Ich bring dir mich um. Ich komm mit. Wer ist denn das auf den Kopf? Wer ist das? Was war das? Das ist aber ein Lieber. Der hat nur ein bisschen... Was war das? Was war das? Weiß nicht. Aber ein bisschen gezählt. Das leb war nicht nett. Tu mal deine Dings da. Wieso? Wir sterben. Es ist nicht vorbei. Irgendwelche Anhaltspunkte. Vier von diesen Dingern. Und die laufen im Kreis rum. Wie so ein... Es ist ein Mike. Ja. Die tanzen irgendwie. Siehst du das? Die tanzen. Um den Eil im Löser herum. Ich glaub ich so ein Mutual oder so. Nein. Dann kommt da noch... Guck, da kommt noch einer. Und da hin. Was macht der? Was macht der denn? Der sucht bestimmt nach uns. Vielleicht sollten wir lieber abfahren. Okay. Okay. Äh. 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 Nee, Danny nicht! Spreng nicht, Danny! Danny, Danny, du bist nicht. Danny, du bist nicht. Oh. Armb004, insane. Neu, lau, lau. Training. H düşüncel yo. Niu, la, la, la. Tadadadadadadadadadaaa. Tadadadadadaaa. Tadadadadadadadadadadadadoo. Tadadadadadadadadadadadadaa. Tak. Tadadadadadadadah. Oh, hi! Hi. Hi Mike. Was für rules dennoch. Dann such du aus, Inge, nimmst du's zu, nimmst du's zu, nimmst du's zu, nimmst du's zu. Mike, du nimmst jetzt dieses fucking Walkie Koffi. Nimmst das jetzt. Nimm. Okay, okay. Yeah! Dein Gesichter, bam! Warte, warte, mach mal, mach mal. Du hörst jetzt sofort auf damit, hast du verstanden? So, und jetzt werden deine Eier gebietet. Ah, ah, ah! Spring! Yippie! Spring! Yippie! Pippie! I'm running in circles around you! I'm running in circles around you! I'm running in circles around you! Take off! Warum? Come on! What the fuck? Ich hab ein Easter Egg geöffnet und es explodiert. Ich hocke, hier ist eine Landmine in der Luft. Die ist literally über der Schlucht. Die hängt hier. Mach bei mir eigentlich nicht drauf treten. Was? Welcher? Das zeigt, du kannst ja ganz leicht drauf treten, wenn die über den Schlucht. Das ist keine ganze... Ach, was? Nein! Ich renne zurück, mein Windhaus voll. In einem unbekannten Land. Vor gar nicht vor langere Zeit. Da war ein Maikus sehr bekannt. Und dieser Maikus, ich meine, nennt sich Bisasan. Kleines, freches, dummes, kleines Bisasan. Das war aber klein? Oha. So klein ist das jetzt auch nicht. Sein Pimmel ist megaklein. Digga! Was ist mein Pimmel, hä? Was ist mein Pimmel? Komm, trau dich! Komm! Zeig es dir! Ich hab den Eggbeater dabei! Ja? Ja? Ich verbrühe nicht mit meinem Fisch! Komm her! Nein! Wache auf! 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 Okay. Understandable. Have a nice day. Daddy, nicht vergessen. Ab oben will dich essen. Kann er mich essen. Nein. Du bist nicht dein Freund, du bist dein Futter. Ist doch gut. Wache auf! Wache auf! Inge, schau mal in meine Hand. Siehst du das? Ich baue dich grad ab mit meiner Hand-Animation. Du, 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 du. Ich kann das einfach nicht mehr. Die fucking Vögel haben mein Bier getrunken. What's up! Ja, das ist weg. Die wollen eine Party feiern. Lass die doch! Komm, Ingi! 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 Alter! Mach auf, wir müssen aber nicht einmal rein drin sein. Die kommt die Company. 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 Hiiii 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 Ach Junge Ach Junge Iggy 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 Junge Du bist so ein Arschlo Junge Junge Iggy du bist so ein Arschlo Mein Toki Toki hatte ich dabei Iggy Das kostet so viel Du bist so fucking folly Du kostet so viel 2 Euro Iggy du schuldest mir jetzt Geld Warte was? Warte was? Wie wir haben nicht genug Wieso? Hat der das nicht ver... Wir haben nicht... Digga Ja Alter, lass mal Warte, ich sag euch was passiert ist Ja was ist passiert Hat Iggy das Schiff... Okay was ist passiert Halt die fucking Fresse du Okay, Iggy hat das Schiff gestartet Okay was ist passiert? Aber das Ding ist, du hast auf die Klingel geklingelt Es hat nicht den Loot genommen, sondern mich Deshalb hättest du nochmal klingeln müssen Aber Iggy hat das Schiff einfach gestartet Weil er dachte, das Loot wäre schon verkauft Aber es lag alles noch auf dem fucking Tisch Du bist so dumm, Iggy Du bist so dumm Ich würde sagen, wir packen Iggy den J Ja, ich wollte schon für Okay, Escape Hey Yippie Wie sieht richtig dieses riesige Villa Es ist Luigi's Mansion You wanna mansion You wanna mansion, Luigi He 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 Dark question it It's legit No bullshit Nee, noch nicht Dinger ist hier viel drin Ey, ihr seid jetzt aber Die ist schon tot, oder? Ne Da unten ist einer Hey 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 Hallo Kollege Ah Von den Schlüssel Ich glaub Ah Hi Hast du dich erschrocken? Hörst du raus? Hast du Schlüssel? Locked Ich kann mal kurz gucken Ne Ne Ups Okay Geh ich nach dem Schlüssel gucken Und so Wurde zum Auto Dann zum Auto Es ist doch okay Es war sein Oh nein Ich bin hier nicht allein Pfff 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 Was war das? Was war das? Junge, dein Demogogen hat mich gefressen Pfff Pfff Was war das? Ich hab mich voll erschrocken Habt ihr mir gerade dazugehört? Ich bin dadurch gestorben, dass ich durch die Tür gehen wollte und die Tür zugeslappt ist. Ich hab einfach nur das Minecraft Amboss, dass es diesen Amboss-Sound gehört von Minecraft und dann gestorben, da war ich tot. Seit wann habt ihr mir beim Singen zugehört? Keine Ahnung. Engi, das war eine Fake-Tür aus Luigi's Mansion. Oh Gott! Ja, Mann! Oh mein Gott, in Luigi's Mansion gibt es Mimics. Mike, ich bin übrigens ganz am Anfang gestorben. Wann? Ich war unter dem Schiff und war dann stuck. Vollidiot, Digga! Yippie! Komm, spring mit mir! Yippie! 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 walk down bin of the Ich bin voll! Ja komm! Nein, ich heutz ab! Wo bin ich? Jippie! ich glaube ich weiß auch wo wir sind müssen zurück auf diese zu drucken muss nicht scheißen was ist das was machst du komm ich hier hoch du musst außen rum das bieten lässt pass auf muss außen rum gehen die rechnen sich schnell weg sind die trug und nein wenn du das hier hörst du verdammter loser ok wenn wir weiter warten lass ich mal hier für nächstes mal Yippie! 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 Hi! Hi! Ich nehm das jetzt ne? Ich nehm das jetzt. Ich auch mal. Ich hab eine Freundin dabei. Junge, wie ist das denn? What the fuck? Wui! Wui! Alter! Wui! Ich will aufwäsche! Ich will aufwäsche! Wo habt ihr die? Wo sind die? Hey, 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 hey! Hey, Kollege, 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 Kollege! Hey, Kollege, Kollege, Kollege! Hallo, Kollege, Kollege! Ja! Wie pflege ich? Oh mein Gott! 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 Ich liebe es! Oh mein Gott, ich hab die Spaßweite sehen! Junge, ich bin high! Fortwörtlich! Yippie! Yippie! Meine Bechte, die werden hier weg! Ey, gib auf euch an! My people need me! Aua! Aua! Ey, das war so lustig! Ich hab lange nicht mehr so gedacht! Mike, komm schnell rauf! Mike, komm schnell rauf! Nein, Alter, Alter! Junge! Iggy! Nein! Warum? 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 Ey! Joke, da hat man einmal Spaß! Na komm, Iggy! Ich bringe das beide um! Für unser ganzes Geld! Ich will die mitnehmen! Ich will die mitnehmen! Ich will die mitnehmen! Nein, ich will die mitnehmen! Ich will die mitnehmen! Ich kann nicht kurz sehen wie sücht die waren! Ich will die mitnehmen! Ich will die mitnehmen! Die Dinger wollten dich entführen, Danny! Nein! Die wollten mit mir spielen! Die wollten spielen! Ich will die spielen! Ich will die spielen! Die wollen die spielen! Ich will die spielen! Ich will die mitnehmen! Ja, die wird mit! Dann können wir mal eine Abgrund fliegen! Yippie! Er ist aber alleine, er schafft es nicht! Aber ich will die mitnehmen! Nimm mit! Wait! Wait! Das geht wirklich? Ich geh jetzt! Das geht wirklich! Wait, wait, wait! Wie? Hast du den Kühe übersehen? Schauen wir mal! Vorbei! Geboß halt auch! Ich hab hier fast... Danny, Danny, Danny! Merch und Look! Hast du es gesehen? Das ist so verrückt! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wtf! 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 Alter! Ich hab Angst! 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 Danny! Komm mir nicht zu nah! Komm mir nicht zu nah! Boah! Gib her! Ich hab Hunger! Ich hab Angst! Was für ein wunderschöner Haar! Der Seewein! Digga! Die Fresse! Noch ein Key! Ein zweiten Key! Oh meinst du mir meinen Key! Ich bin jetzt wieder draußen! Ah! Alter! Alter! What the fuck! What the fuck! What the fuck! Was ist das? Was ist das? Das ist das Ding, das auf den Kopf geht! Was ist das jetzt? Ah! Ich hab mich voll erschrocken! Junge! Wenn wir sterben dann gemeinsam! Toy Cube! Wo komm ich da ran? Und hier? Hä? Da ist ein Toy Cube unter mir! Hä? Wieso? Hä? Wow! Drecksviecher! Draustier! Hä? 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 Was zum... Nein! Nein! Bitte! Wo bin ich? Digga! Ich sehe nichts! Main entrance! Oh meinetwennstens! So war es dann, wo ich dann muss! Warum? Warum? Hä? Warum? Ja! Ja! Ach du bist! Ach ihr seid's! Oh nein! Schnell! Fick mich hier weg! Schnell! Nein! Du bist schon ein bisschen höher! Du bist schon ein bisschen höher! Nein! Komm zurück! Komm zurück! Komm zurück! Na komm zurück! Na komm zurück! Wo seid ihr denn? Nein! Oh mein Gott! Wie könnt ihr ihm das anschauen? Er wollte doch nur fliegen! Nein! Das geht in Ruhe! Nein! Fliegen! Nein! Fliegen! Nein! Nein! Fliegen! Ich bin der nächste! Ah! Ah! Okay! Scheint nicht da zu sein! Okay! Komm ich jetzt nach Hause? Boah! Der ist eigentlich easy! Boah! Äh! Geiles Problem! Junge! Oh nein! Ich weiß es nicht, vor allem kann man auch nachschauen, ob du noch lebst oder nicht. Ich weiß es nicht, vor allem kann man auch nicht.